Wo hast du das her? Es stammt von einem gefangenen Offizier in Yorktown. Es war einfach unwiderstehlich. Also behielt ich es bei mir. Merkwürdig. Ich kann mich gar nicht an sein Gesicht erinnern. Kann ich es sehen? Setz deinen Verstand ein. Du hast recht. Es sind die Träume. Träume, die von diesem Apfel standen. Das ist die Träume.